Hallo und herzlich willkommen bei deinem Tanzworkout. Wir starten erstmal mit einem Warm-up. Bau dich auf auf beiden Füßen, steh schön weit und dann lass uns starten mit der ersten Bewegung. Bounce in den Knie. Oberkörper locker, Arme hängen entspannt neben dir. Die Knie bouncen. Wunderbar. Und geh von hier aus nach rechts. Links nach rechts. Bring noch ein bisschen mehr Bounce auch in den Oberkörper. Jawohl, sehr gut. Komm ein bisschen tiefer, geh hierher. Sehr gut. Und wieder oben. Halt. Okay, nur den Kopf. Geh rechts, Blick, rechts, links. Nimm die Knie mit. Und geh tief. Stretch. Halte den Hals schön lang. Blick zur Decke. Okay, noch einmal nach rechts. Links. Und geh wieder. Schieß. Und auf. Schieß. Okay, jetzt die Schultern gehen. Rechts, links, hoch. Kleine Gewichtsverlagerung auch in den Füßen. Sehr gut. Geh ein bisschen tiefer jetzt. Wunderbar. Und noch ein bisschen tiefer. Und ein letztes Mal. Hier. Geht noch was, oder? Oberkörperspannung. Trotzdem locker im ganzen Körper. Ja, und geh gleich nach rechts und links. Zieh den Fuß zu dir ran. Okay, nimm die Arme mit. Hüpp. Hüpp. Ja, locker den ganzen Körper schön auf. Lass die Arme mitschwingen, mittanzen. Wuhu. Okay, Arm dazu. Hüpp. Andere Arme tief. Und Baum. Gut. Und dann bleib hier. Hüpp. Kleine Welle, kleiner Snake. Durch den Oberkörper. Sehr gut. Und bleib lang. Zieh dich raus. Und nochmal lang. Raus. Okay, nochmal schneller. Und vier. Und vier langsam. Und zieh dich raus. Zack. Und zack. Und zack. Sehr gut. Wir gehen wieder in den Baum. Und dann runter. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Und ein bisschen mehr. Hab einfach Spaß bei deinem Workout. Das ist das Wichtigste. Und dann kommt die Bewegung ganz von alleine. Okay, jetzt einmal tap rück. Und wir bouncen weiter. Immer diese kleine Federung mitnehmen. Jicha. Okay, bleib am Platz. Und rechts, links, rechts, links. Wieder bouncen. Schritt, bounce. Schritt, bounce. Arme mit. Hopp. Der Oberkörper geht auch die ganze Zeit durch den Bounce. Jawohl. Ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr. Komm. Langsam wird einem warm, oder? Okay. Und geh noch ein bisschen tiefer. Hier sind wir jetzt. Okay, bleib hier. Oberkörper, rechts, links. Doppeltes Tempo jetzt. Komm mit. Und nochmal hier. Bleib. Buh. Buh. Doppeltes Tempo. Bäh. Okay. Und locker, bounce. Okay, dann kommen wir an am Platz. Füße weit öffnen. Bounce. Arm platz. Nimm den Oberkörper mit. Und ganzer Körper ist in Bewegung. Schön locker. Bounce hier und hier. 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 Jawohl. Sehr gut. Das soll es auch schon gewesen sein. Dein kurzes Warm-Up. Und weiter geht es. Ins Tanztraining. Bis gleich. Lass uns bouncen. Aufgewärmt bist du ja schon. Und jetzt starten wir mit unserem ersten Tanzblock aus zwei Bewegungen. Gut. Scoop dich erst mal ein bisschen ein. Noch vier. Drei. Zwo. Nimm die Füße zusammen. Wir machen Kick. Kick. Immer im Wechsel. Kick. Kick. Okay. Achtung. Du kickst mit rechts. Und wechselst die Füße. Ja. Nochmal. Lass uns nochmal üben. Kick. Ball change. Nochmal für rechts. Und Kick. Ball change. Super. Kick weiter. Locker aus dem Unterschenkel. Achtung. Wir kicken links. Kick. Ball change. Nochmal links. Zum Üben. Komm. Und Kick. Ball change. Letztes und drittes Mal für links. Kick. Ball change. Super. Das machen wir natürlich ein bisschen schneller. Das ist nachher das Tempo. Und im Wechsel. Üb mal mit. Im Wechsel rechts. Im Wechsel links. Ja. Wir machen erstmal langsam. Kick. Abstellen. Und raus. Kick. Abstellen. Und raus. Kick. Schnell. Ab und raus. Okay. Wollen wir ein bisschen schneller probieren? Kick mit rechts. Hüpp. Hüpp. Kick. Schnell. Ab und raus. Hüpp. Okay. Locker im Oberkörper. Wir üben. Kick. Ball change. Noch vier. Drei. Zwo. Sehr gut. Okay. Bounce. Wir machen drei Kickball change. In vier. Drei. Zwo. Wir starten. Mit rechts. Kickball change. Kickball change. Drittes Mal. Achtung. Slide. Drang. Okay. Üben. Fünf. Sechs. Sieben. Und kickball change. Kickball change. Boom. Und slide. Drang. Okay. Die Arme kannst du bei diesem Workout immer frei mitnehmen. Bei manchen Schritten habe ich Arme. Da sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Und ansonsten lass deine Arme locker. Okay. Wir machen das nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Boom. Kickball change. Dreimal. Slide. Run. Sehr gut. Letztes Mal. Für rechts. Oh. Und slide. Run. Okay. Juhu. Jetzt geht mit rechts zurück. Das ist der nächste Step. Ganz easy. Ja. Du gibst ein bisschen Gewicht nach hinten. Stellst ein Fuß im Weg zurück. Easy. Yeah. Das ist easy, ne? Okay. Schultern. Und. Genau. Man muss erst mal so ein bisschen in die Bewegung reinkommen. Und. Boom. 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 Okay. Lass uns nochmal üben. Immer die vordere Schulter startet. Boom. 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 Yes. Jetzt hast du das. Noch vier. Boom. Sehr gut. Wir verbinden das Ganze mit dem Kickball change. Fünf. Sechs. Sieben. Dreimal rechts. Äh. Dreimal im Wechsel. Achtung. Achtung. Oh. Isolation. Schultern. Viermal. Yes. Nochmal. Kickball change. Und slide. Hier. Lange Arme. Konzentration auf die Schultern. Nochmal. Hüben. 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 Übergang. Hüben. 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 Letztes Mal. Kickball change. Arme frei. Hier. Slide. Sehr gut. Bounce. Sehr gut. Das Ganze machen wir jetzt auf links. Links. Kickball change. Let's go. Schön langsam erstmal. Okay. Dann slide. Und jetzt Achtung. Linker Fuß zuerst. Rechter Fuß. Links. Und rechts. Okay. Machen wir zur Musik. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Kickball change. Hey. Zwo. Drei. Jetzt slide. Rechts. Und boof. 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 Das Ganze einfach nur umgedreht. Lass uns nochmal machen. Hüben. 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 Jetzt. Slide. Zieh. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Wiederholen. Links. Kickball change. Wir üben. Slide. Hey. Schön zurücklehnen. Hier. Kannst du deinen Stil mit reinbringen. Und slide rein. Hüben. 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 Nochmal. Hüben. 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 Mal. Gelegt. Slide. Super. Bounce. Okay, wir hängen alles zusammen. Rechts und links. Ganz easy. Fünf, sechs. Rechter Fuß beginnt. Kick, roll, change. Slide. Rechte Schulter. Linke. Achtung. Kick, roll, change. Links. Das ist der Übergang. Hast du das? Slide. Komm. Linker Fuß zurück. Rechts. Links. Und wiederholen. Wir wiederholen. Slide. Hepp. Kick, roll, change. Slide. Rang. Boom, 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 boom. Nochmal. Komm. Jetzt ein bisschen größer. Hepp. Huh. Kick, roll, change. Leg. Slide. Oh. Letztes Mal. Komm, gib Gas. Yes. Jetzt hast du das, ja. Slide. Kick, roll, change. Huh. Hüpp. Jawohl. Bounce. Sehr gut. Einstecken. Merken wir uns. Teil eins. Kleine Impro. Das Wichtigste ist, du hast immer Spaß bei deinem Tanz. Huh. Huh. Okay. Wir starten in den zweiten Block. Du drehst dich nach links. Der rechte Fuß beginnt. Achtung. Wir brauchen auch gleich nochmal diesen Kickball-Change. Deswegen habe ich den gleich am Anfang eingebaut. Ja, weil er einfach super wichtig ist. Okay. Erster Step vor. Rück. Nur das. Bisschen schneller. Komm. Und schön bouncen. In den Knien. Hüpp. Yes. Jetzt hängen wir einen Kickball-Change dran. Huh. Bam, bam. Huh. Bam, bam. Ja, der Rhythmus ist genauso wie im ersten Step. Ja, als wir Kickball-Change nach vorne gemacht haben. Tak, tak, tak. Oh. Tak, tak, tak. Oh. Tak. Okay. Jetzt machen wir aus dem vorderen Kickball-Change. Nochmal. Kickball-Change. Letztes Mal. Okay. Alles zusammen sieht so aus. Ferse hinten. Kickball-Change. Ferse hinten. Komm, übe mit. Ferse hinten. Kickball-Change. Ferse hinten. Huh. Alles klar. Alles links. Dreh dich um. Linker Fuß startet. Wir beginnen mit dem ersten Move. Okay. Den hast du. Und jetzt machst du Ball-Change. Ja? Oh. Ball-Change. Ball-Change. Aus dem ersten einen Kick. Komm. Pause. Pause. Letztes Mal. Hüpp. Hüpp. Okay. Alles zusammen. Ferse hinten. Kickball-Change. Huda-di-da. Bam-bam. Ferse hinten. Kickball-Change. Es hilft dir immer ein bisschen was mitzusprechen. Das unterstützt dich beim Merken der Schritte. Oder du sagst, ach ist mir doch egal. Ich lasse meine Füße einfach machen. Klappt manchmal auch. Hüpp-Hüpp. Hüpp-Hüpp. Letztes Mal. Hüpp. Okay. Wir starten wieder nach links und ich zeige dir den nächsten Move. Tief. Das machen wir zweimal. Haben wir geübt. Achtung. Raus. 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 Und tief. Uh. Nochmal. Nur das Letzte. Tap. Ja. Und Tap. Zurück. Dann drehst du dich schnell um. Machst einen Tap nach vorne. Richtig mit Gewicht. Zurück. Dann wieder Tap zur Seite. Und tief. Ja. Das Ganze geht in so einem halben Kreuz. Üben wir langsam. Tap. Schließen. Achtung. Vor. Schließen. Achtung. Seit. Schließen. Und jetzt tief. Sehr gut. Bisschen schneller. Zur Musik. Komm. Und. Genau. Die Arme mitnehmen. Rechter Fuß. Ist die ganze Zeit in Action. Der linke steht am Platz. Und. Komm tief. Nochmal. Buh. 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 Letztes Mal. Und. Buh. Yes. Okay. Wir verbinden das Ganze. Achtung. Wir sind hier. Lass uns beginnen. Mit dem Fersenrück. Kickball. Change. Fersenrück. Kickball. Change. Rechts raus. Rechts raus. Rechts. Und tief. Hey. Das Ganze zur Musik. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Vor. Rück. Kickball. Buh. 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 Tief. Nochmal. Hap. Ne? Du stehst diagonal. Ferse. Drück. Buh. 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 Wir drehen uns um und starten mit dem linken Fuß. Achtung, nächster Schritt langsam. Tap raus. Jetzt geht es nach links. Nach vorne. Nach links. Und der letzte. Tief nach links. Okay. Ja, hier bist du dann. Und ab. Okay, nochmal das letzte. Mit dem Kreuz. Und eins, zwei, drei. Geh tief und schließen. Wiederhol. Jetzt. Puh. 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 Letztes Mal. Hep. Alles zusammen. Hier. Kick, Ball, Change. Nochmal. Kick, Ball, Change. Geh seit. Seit. Puh. Komm, nochmal. Hüpp. Kick, Ball, Change. Hüpp. Kick, Ball, Change. Geh seit. 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 Puh. 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 Machen wir nochmal. Letztes Mal. Hüpp. Oh. Puh. War ich zu früh? Drei. Jetzt geht's tief. Okay. Sehr gut. Alles hintereinander weg. Einmal rechts. Also rechter Fuß. Und dann einmal linker Fuß. Stell dich diagonal auf. Ja, diagonal nach links, fünf, sechs, wir starten, kickball change, kickball change, komm, nochmal rechts, tap, tap raus, tap raus, tief, nochmal links, hey, jetzt macht das richtig Spaß, oder? Komm, nochmal üben, zweimal das Ganze, raus, raus, yes, sehr gut, hey, hey, der zweite Block, wenn man einmal den Schritt hat, dann geht's ab, super, lass uns bouncen, kennst du eigentlich noch den ersten Block, kickball change und so, slide und Schulter, komm, wir machen das, ja? Bist du bereit? Block eins, Wiederholung, fünf, sechs, sieben, kickball change, Achtung, slide, rechter Fuß nach hinten, leg, hey, kickball change, können wir jetzt im Schlaf, slide, nochmal, komm, ein bisschen größer jetzt, hopp, 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 Weil es so schön ist, nochmal, komm, kickball change, richtig groß, slide, hopp, 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 Das macht so eine gute Laune. Okay, wir starten. Zweiter Block. Fünf, sechs, sieben. Kickball change. Und. Yes. Tief. Komm, rechte Seite. Linke Seite. Wiederholen. Komm, richtig groß. Und. Buh, Buh, Buh. Letztes Mal. Dam, bang. Wuhu. Oh. Yes. Bisschen zu früh. Letztes Mal. Komm, jetzt groß. Boom. Boom, boom. Boom, boom. Tief. Oh. Hey. Oh. Yes. Sehr gut. Okay, Bounce. Locker am Platz. Und zum Schluss wollen wir versuchen, beide Blöcke zusammen zu bringen, ja? Lass uns richtig losdänzen. Achtung. Fünf, sechs, sieben. Kickball change. Boom. Boom. Slide. Oh. Rechts. Links. Rechts. Okay, linke Seite. Kickball change. Gleich noch mal für den ersten Block. Wiederholen. Hey. Slide on. Kickball change. Achtung, nach diesem Durchgang kommt der Übergang. Und jetzt. Boom, boom. Kickball change. Nochmal. Und boom. Boom. Yes. Das haben wir, ne? Und links. Kickball change. Und side. Side. Okay, gleich wiederholen. Vor, rück. Kickball change. Rück. Boom. Hup. Bam, 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 bam. Und side. 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 Yes. Du hast es. Okay. Bounce am Platz. Atme. Und ab. Und ein. Sehr gut. Einmal hinten die Hände fassen. Tief ziehen. Und noch einmal einatmen. Die Arme oben langziehen. Streck dich schön aus. Herrlich. Und noch einmal einatmen. Bring die Arme wieder zurück. Das war dein kurzes Hip-Hop-Dance-Workout. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020